Ich muss gleich mit dem Crud fahren, damit ich wieder froh werde. So. Da will einer eine Krone annehmen. Na dann viel Spaß dabei. Mach doch den Fallschirm zu. Och, Alter, Lotte. Ey, ist jetzt nicht euer Ernst, Mann. Geht doch da durch. Wohin schießt denn der? Oh, meine Fresse, ey. Ich laufe immer in Gegner rein heute. Dankeschön. Sehr nett. Was schießen die? Weiß ich bis heute nicht. Waren wir hier kaputt, sonst sehe ich nichts. Gut. Soller. Gebt mir mal euer Geld. Dankeschön. Wünscht mir Glück. Geht doch da dran. Oh Mann, ey. Also heute ärgert mich das Spiel echt krass. Soll man kein Stummgewehr-Munition? Kannst du mir noch ein bisschen Stummgewehr-Munition? Ich hab auch nichts. Tut mir leid. Hier oben lag eine Munitionskäste, Carsten. Genau. Und an der war ich auch schon. Auch. Aber wenn... Ich brauche mittleres Kaliber. Nein, nicht mehr. Ah! Wie geht's gut? Ich gebe mich an die Medien. Ich brauche mittleres Kaliber. Oh, was machst du denn da? Du sollst nur nachladen. Also heute, ey. Gib mir mal das Geld. Kann ich eine Munitionskiste noch kaufen. Lotte? Ja? Warum schmeißt du das da draußen hin? Gib mir doch... Ey, alter! Das reicht nicht. Ja, nix. Ich hoffe, die haben gelb, ey. Das ist aber richtig, das. Ich bin schon froh. Ich bin noch draußen. Bin unterwegs. K.O. Eliminiert. Hier rechts. Hier drin noch. Warte. 44 Meter vor uns. Hast du jetzt was Sturmgewehrmunition noch? Ja, aber ich habe Schritte ganz nah gehört. Ich habe 140. Cool, dann gib mal weit, bitte. Ja, danke. Ja, der ist hier drin. Hier, Carsten. Hier in der Ecke. Alter. Was denn? Ich bin nicht früher, oder? Nee, natürlich nicht. Ich musste ja auch erst mal zu dir. Tut mir leid. Mit. Siste, kommst doch wieder. Ist doch alles cool. Ja, meine Munition ist weg. Ja, nix ganz. Außerdem kann ich dich an der Munitionskiste kaufen. Ich muss das erst mal wieder zu meinem Zeug. Wo war das? da wo du grün markiert hast mit der waffe auf so eine entfernung ich will meine blumen wieder wirklich ich kaufe munitionskiste jetzt komme ich wieder zu euch hier unten läuft er noch ein schieß k.o. ist k.o. lass mich hier rein lass mich hier rein alle zufrieden hier unten gegner ja aber da quetschen wir uns nicht alle rein wenn du da hingehen willst dann bitte ja lass doch mal gerade hier chillen was hast du denn hier gegen hier sind wir doch ganz gut dabei hier unten sind gegner wir gehen mal zum lilan da ist er jetzt ganz alleine das gas verbreitet sich schnell in die neue sicherheitszone noch zehn weiter so eine marbe schildbreak gemacht von wo von dem da komm mal rein und heil mehr lotte du hast doch sehr viel gesundheit ist doch alles gut also die sind jetzt hier drin mehrere mehrere sind da drin da gibt noch drei gegner noch zwei gegner noch ein gegner ihr seht dann zu dritt noch ein gegner zieht der platten an man ja der steht drin und dann ist das ein sieg ey das ist ja das ist ja viel einfacher ey wirklich ja dann genau ja mach einfach mal schadet nix der ist glaube ich tiefer nein ist er nicht das ist jetzt draußen ja sehr gut haben wir gesehen yay 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 meine fresse ey die scheiße hier so das können wir jetzt immer machen ja bis dieses dmr da genervt worden ist klar hier benutzen die das zwar auch aber der brennt nicht mehr hä hier macht es nicht so viel weil sie nicht so schnell schießen können ja vor allem hier gibt es auch sehr viele häuser ne und innerhalb der häuser weiß ich nicht da ist die ja eher ungeeignet aber gut der patrick benutzt das hier ja auch sehr häufig und auch sehr wirkungsvoll lotte hey mein gott ist zwar kein warzone kein battle royale direkt aber trotzdem sieg ohne sniper aber trotzdem ich muss gleich mal ein sniper gewehr mitnehmen that was funny sagste yay guck mal wir zwei drei kills hey wuhu